Moin moin. In Season 4 kann man so schnell leveln wie noch nie zuvor und wenn man ein Diener-Nekro ist, dann geht es noch ein bisschen schneller und ich habe gestern kurz vorm Stream spontan meinen Plan geändert und habe doch mit einem Nekro angefangen und nicht mit einer Zauberin und möchte euch heute jetzt nochmal ganz kurz mein Level-Build vorstellen, aber vor allem auch allgemeine Tipps zum Leveln geben. Also auch wenn ihr kein Diener-Nekro seid, trotzdem ist das jetzt eine Level-Guide für euch mit ein paar Tipps drin und wie jedes Season am Anfang einmal der Hinweis, es ist immer noch so nach all der Zeit, dass die meisten, die meine Videos schauen, nicht abonniert haben, aktuell 58,7% und ich würde mich freuen, wenn ihr auch den Kanal abonniert. Es wird in den nächsten Wochen wirklich Videos hageln für Season 4, also es lohnt sich. Und jetzt gehen wir mal rein und zwar lasse ich hier das Gameplay laufen von gestern und zeige nebenbei, wie ich geskillt habe und die ersten Level bei Nekro bist du noch kein Diener-Nekro, denn da fängst du nämlich ganz normal nochmal an mit der Basis-Attacke und zwar blutige Ernte, weil die einen schönen Flächenschaden hat und ich würde dann mit Blutwoge weitermachen und die Erweiterung mit der Stählung nehmen, damit das ein bisschen mehr Schaden noch macht. Damit man hier weitermachen kann, muss man noch einen Punkt verteilen, also hier Nummer 6 und an dem Punkt höre ich eigentlich fast schon auf mit der Basis-Attacke, denn hier gehe ich in Leichenexplosion rein und skill grausige Ernte dreimal und dann gibt es nämlich Essenz, wenn ich Leichen verbrauche und Leichenexplosion gibt also in dem Moment immer Essenz, das heißt ich nutze immer nur noch Blutwoge und Leichenexplosion im Wechsel und das war's. Dann haue ich noch die 3 Punkte in Skelettkriegerbeherrschung rein und an dem Punkt, entweder ist es euer erster Charakter, ja das ist dann jetzt unterschiedlich, denn mit Level 15 würde ich umskillen. Aber mit Level 15 habt ihr unterschiedlich viele Skillpunkte, je nachdem ob es eben euer erster Charakter ist oder ob ihr schon Ansehen habt. Bei mir ist es ja so, ich habe 10 Punkte schon auf Level 1 gehabt. Wenn es also nicht eure erste Klasse ist, so wie bei den meisten, würde ich danach einfach erstmal weiter noch Leichenexplosion maxen und sogar auch Blutwoge maxen. Und dann, wenn ihr Level 15 seid, skillt ihr nochmal um und dann würde ich folgendes machen, ihr könnt nicht alles direkt wegnehmen, ihr müsst das dann wieder so schrittweise wegnehmen. Dann geht ihr nämlich in Pest und skillt die obere Erweiterung, weil die einen Buff gibt und zwar, dass deine Diener mehr Schaden machen, wenn Gegner von Pest betroffen sind und dann nehmt ihr die Punkte aus Blutwoge wieder raus. Jetzt habe ich 1 zu 4 rausgenommen, hier muss jetzt noch einer rein, damit ich hier wieder hinkomme. Und im Hintergrund seht ihr, was ich gemacht habe, ich war nämlich in der Helltide direkt von Anfang an und da bin ich jetzt gerade Level 12 in dem Moment und habe noch mit dieser Blutwoge gespielt. Und gleich gibt es dann den Schnitt, dann bin ich ein bisschen höher. Aber ich bin in der Helltide direkt mit Weltstufe 2 gestartet und einfach nur entspannt rumgelatscht, habe Events mitgenommen. Und dieser große Boss, den habe ich sogar auch einmal mitgenommen, also der ist mit Diener-Nekro sogar easy. Also selbst den könntet ihr mitnehmen, wenn ihr wollt. Naja, in dem Moment, wo ihr auf Pest umgestiegen seid, geht es dann hier weiter. Ihr geht dann in die Skelett-Magier-Beherrschung rein, das ist wichtig. Ich habe tatsächlich auf die Flüche erstmal komplett verzichtet, weil das so leicht war, das Spiel, dass ich gar nicht das brauchte, also diesen Alternfluch, um Gegner schwächer zu machen. Brauchte ich einfach nicht. Das heißt, ich bin dann in Leichenranken reingegangen, um Gegner zusammenzuziehen und so weiter. Aber mit Level 15 natürlich, gut, ich will jetzt nicht switchen wegen Skilltree, aber ihr fangt dann natürlich an mit den Schattenmagiern. Ich zeige das dann gleich nochmal im Buch der Toten, machen wir es so. Jedenfalls Leichenranken und dann kommt ihr noch nicht hierhin, einen Punkt müsst ihr noch verteilen, dann nehmt ihr zum Beispiel Kraftbringender Tod. Die Essenz hier ist auch nicht mehr so wichtig bei grausige Ernte. Also da könnt ihr auch jetzt nur noch einen Punkt rein und dafür Kraftbringender Tod auf drei, damit ihr mehr Schaden macht, wenn ihr Leichen verbraucht. Ihr könnt auch immer noch, ne, das könnt ihr nicht, also Leichenexposition, so, ein Punkt reicht da an dem Punkt. Müsste auch eigentlich gar nicht, aber ich mach das noch, um Leichen zu konsumieren. Annäherung des Todes ist immer noch eine wichtige Sache, gerade am Anfang zum Leveln. Je früher, desto besser. In meiner Levelguide ist es so ungefähr in der Mitte geskillt worden, aber Bewegungstempo sehr wichtig. Und dann seid ihr hier und dann nehmt ihr den inspirierenden Anführer mit für die Crit-Chance auf den Skeletten und ihr nehmt versessener Kommandant mit. Und das ist die beste überhaupt, denn das sind einfach 45% mehr Schaden für die Diener, wenn ihr in der Nähe seid. Und das fand ich mega. Dann habe ich auch Armee der Toten mitgenommen, die gerade auch gegen Bosse und gegen große Elite-Packs immer super gut war. Jetzt sehen wir im Hintergrund übrigens auch diesen Superboss in der Hellheit. Und der geht auf jeden Fall jetzt down. Ich würde ihn trotzdem nicht machen. Also ich habe ihn gemacht und habe die EP verglichen mit einer Hellheit, wo ich den nicht mache, sondern wo ich einfach nur weiter laufe. Und ohne den Boss gibt es mehr XP, weil der einfach zu lang dauert. Trotz allem, der gibt ein paar Items und wenn er den macht, ist auch nicht weiter wild. So, dann Golem-Beherrschung und dann hier die zentrale passive Kalans-Edikt. Für mehr Angriffstempo auf den Dienern Golem-Beherrschung ausgillen. Und an dem Punkt müsst ihr einfach nur noch alle möglichen passiven Füllen, zum Beispiel nekrotischer Panzer, damit ihr gesteht seid. Oder Umarmung des Todes, damit ich weniger Schaden bekomme. Theoretisch in der Level-Guide kommt dann auch Altern dazu und verstärkter Schaden. Ich würde zum Beispiel auch das mit den 10% nehmen oder Cooldown reduzieren. Ist total egal, welche der beiden. Verstärkter Schaden dazu, damit die Leute mehr Schaden bekommen. Denn das ist der Hauptgrund, warum Flüche Sinn ergeben. Damit die Gegner mehr Schaden bekommen. Dann hier noch geschundenes Fleisch maxen auf 3 von 3. Dann hier noch die Rüstung ist wichtig, damit ihr und eure Diener mehr Rüstung bekommen. Krause geerntet, damit ihr noch mehr Essenz bekommt für Pest. Und dann habe ich noch 3 Punkte übrig. Und in meiner Level-Guide habe ich, glaube, Leichenrang dann noch gemaxt. Einfach damit die öfter einsatzbereit sind. Genau. Also das ist dann am Ende der Skillbaum. Und ich mache das jetzt aber nicht, weil ich ja eh schon geskillt habe. Und beim Buch der Toten habe ich mit Plänklern angefangen, um einfach am Anfang mehr Skelette zu haben. Und weil ich jetzt bei mir sehr viel Leichen erzeugt habe, bin ich auf Schnitter gewechselt. Ich erkläre es gleich nochmal, weil ich nämlich ein Unique gefunden habe. Und ich bin auf Schnitter gewechselt, aber es ist relativ egal. Sterben tun die sowieso nicht. Also Verteidiger fand ich nicht wichtig. Sondern entweder Plänkler für mehr Schaden oder Schnitter für mehr Leichen. Die beiden Sachen sind beide gut. Und bei den Magiern habe ich mit Schatten angefangen. Dann auf Level 18 gehen die Kältemagier erst. Dann bin ich auch sofort gewechselt auf Kältemagier für Verwundbarkeit. Im Endgame bin ich wieder auf Schatten umgestiegen, weil die einfach noch besser sind, um Dungeons zu clearn. Weil die Projektile durch Gegner durchfliegen. Das ist also wirklich relativ gut. Und Bosses sind so schnell down, dass das egal ist. Und dann sind wir beim Golem. Und da habe ich am Ende den Eisengolem genommen. In einer hohen Pit wird es dann eher wieder der Blutgolem sein für Schadensreduktion. Aber Eisengolem macht eben auch wieder mehr Schaden. Paragonbrett habe ich dann einfach wie in der Levelguide nachgemacht. Und jetzt nochmal hier zu dem Gameplay im Hintergrund. Ich mache das mal kurz so hier. Der nächste Tipp jetzt für das allgemeine Leveln. Das habt ihr bei dem Gameplay im Hintergrund gesehen. Geht so schnell wie möglich Weltstufe 3. Ich habe es mit 34 gemacht. Und der Grund, wie in dem anderen Video erwähnt. Heilige Items haben eine Levelanforderung von 35. Deswegen bin ich mit 34 Weltstufe 3 gegangen. Weil der Dungeon an sich mir dann Level 35 gegeben hat. Aber man hätte es noch früher machen können. Sogar mit Level 30. Einer in meinem Stream hat mit Level 28 den Final-Dungeon abgeschlossen für Weltstufe 3. Das geht so schnell. Das ist absoluter Wahnsinn. Vielleicht ein bisschen zu einfach. Aber vielleicht ist das auch nur als Diener-Nekro so. Weil Diener einfach so stark sind. Und genau dasselbe habe ich auch mit Weltstufe 4 gemacht. Seht ihr gerade im Hintergrund. Ne, das ist schon vorbei der Clip. Aber ihr habt es gerade gesehen im Hintergrund. Und da war ich nämlich mit Level 53 im Final-Dungeon. Und Elias ist so schnell gestorben. Das war absoluter Wahnsinn. Und dann war ich in Weltstufe 4. Und dort habe ich dann angefangen Albtraum-Dungeon zu machen. Also Weltstufe 3 auch noch Helltide. Und erst in Weltstufe 4 habe ich dann... Nightmare-Dungeon ist gefarmt. Natürlich um Glyphen zu leveln. Denn das ist das Wichtigste in Weltstufe 4. So schnell wie es geht Glyphen leveln. Und hier noch mein Tipp. Der saisonale Segen. Das habe ich auch in einem anderen Video gesagt. Gibt Glyphen XP. Ich habe also ganz links sofort die XP gemaxst. Aber danach sofort die Glyphen XP. Plus 20%. Also das ist mega wichtig. Und wenn die Glyphen alle gemaxst sind. Auf 21 theoretisch. Dann könnt ihr in die Grube. Aber das wird wieder nicht passieren vor Level 100. Ich bin jetzt nämlich 86. Und die Glyphen habe ich jetzt 15, 15, 15, 15, 9. Also ich werde bis Level 100 die nicht alle auf 21 haben. Und werde dann sogar mit Level 100 noch ein bisschen Albtraum-Dungeons fahren müssen. Und dann erst in die Grube. Aber ich würde sagen wirklich erst alle Glyphen maxen. Und dann in die Grube. Und nicht in anderer Reihenfolge. Ja. Und ich habe bis Level 86 8 Stunden gebraucht gestern an Spielzeit. Und die letzten beiden Stunden für 100 in Albtraum-Dungeons. Das geht super zügig. Also man levelt so schnell. Auch nicht wie früher. Dass die letzten Level lange dauern. Sondern auch ab 90 bis 100. Es bleibt immer gleich schnell. Das ist absolut Wahnsinn. Und einen letzten Tipp habe ich noch. Und zwar für mich war es durch Zufall. Es geht um die Saison-Quest. Die habe ich mir durch Zufall aufgehoben. Bis Weltstufe 4. Und dort bei dem letzten Teil der Quest. Und die geht sauschnell. Gibt es eine Belohnung. Wenn man den Boss killt. Und zwar extrem viele Items. Und die sind alle vermacht gewesen. Ich bin direkt am Anfang von Weltstufe 4. Dann durch Zufall dahin. Und habe 10 vermachte Items bekommen. Sogar ein einzigartiges war dabei. Und eine Waffe mit 900. Ne es waren 880 Gegenstandsmacht. Zwei Hand. Und dann war für mich Weltstufe 4 sowieso ein absoluter Witz. Ja weil ich einfach dort direkt alles voll bekommen habe. Mit vermachten Items. Also wenn ihr es leicht haben wollt. Dann Saison-Quest erst in der vierten Weltstufe abschließen. Und das war es. Also leveln so schnell wie noch nie. Vielleicht wenn es euch interessiert. Von mir nochmal eine kleine Meinung. Ich mache mich vielleicht unbeliebt. Aber mir ging es tatsächlich einen Tick zu schnell. Vielleicht aber auch wirklich weil ich ein Diener-Nekro war. Aber das ist ein klein wenig zu leicht gewesen. Dass man mit Level 30 Weltstufe 3 gehen kann und so. Das fand ich in den vorigen Seasons ein bisschen besser balanciert. Das kommt einem jetzt alles wie ein großer Witz vor. Aber ich werde nochmal andere Klassen spielen. Und dann gucke ich ob das jetzt an dem Diener lag. Oder ob das bei allen Klassen so ist. Ich habe aber eine Umfrage gemacht. Was die Levelgeschwindigkeit betrifft. Und 70% von meinen Zuschauern haben gemeint, dass das genau die richtige Geschwindigkeit ist. Also nicht zu schnell und auch nicht zu langsam. Und natürlich beuge ich mich dann gerne der Mehrheit. Also so wie es jetzt ist, da ist die Mehrheit zufrieden. Aber auf jeden Fall, das würde die Mehrheit dann auch so sehen. Darf es jetzt nicht noch schneller gehen. Denn dann landen wir dann wirklich irgendwann bei Diablo 3. Das, was aber jetzt schön ist in Diablo 4. Früher war es so, mit Level 100 ist das Spiel vorbei gewesen. In den ersten Seasons. Jetzt ist es aber so, du bist eben sehr schnell Level 100. Aber das Spiel geht dann erst richtig los mit Level 100. Die Grube, da gehe ich erst mit Level 100 überhaupt hin. Das ganze Masterworking, das beginnt alles erst mit Level 100. Und die Grube pushen und so weiter. Also das, da hat man sehr viel zu tun. Und die Reise ist nicht mit Level 100 vorbei, so wie früher. Deswegen ist es für mich auch nicht weiter schlimm, dass man jetzt so schnell levelt. Ich habe es auf jeden Fall immer noch genossen. Und ja, Level 100 hole ich mir erst noch die letzten beiden Stunden. Ich habe nämlich den 24-Stunden-Stream gestern Nacht doch abbrechen müssen, weil ich einfach nicht fit genug war durch das ganze Arbeiten vorher an den Guides. Aber 10 Stunden sind extrem entspannt für einen Diener-Nekro Level 100. Und das finde ich schon absoluter Wahnsinn in Season 4. Als Solo-Spieler muss ich auch dazu sagen. Ich bin zwar in der Hellheit rumgerannt, aber ich war Solo. Ja, damit melde ich mich ab. Wir sehen uns dann wieder im Livestream. Der geht ungefähr 14.30 live. Und dann werde ich die Pit heute in Angriff nehmen. Macht's gut. Und dann wird's. Other